In den Hangar, dann kann ihn jemand anders nehmen. Wenn es funktioniert. Die zweite Welle ist schon dran. Den da hinten will ich haben. So. Dann gehen wir mal da ein paar Schüsse drauf ab. Und fliegen direkt weiter. Am besten fliegen... Wow, verdammt. Was ist denn das denn? Autogeschütze? Naja. Fliegen wir am besten noch von... Ah, das sind Autogeschütze. Fliegen wir am besten von hinten dran. Okay, Raketen. Mal sehen, ob ich die hier gegenleiten kann. So, jetzt muss ich wieder ein Stück runter. Jetzt kann ich wieder hoch. Na ja, so funktioniert es auf jeden Fall. Sehr schön. Jetzt muss ich hier weg, damit er mich nicht erschlägt. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Taktik, wie es funktioniert. Die könnte hier ein bisschen schwer sein, weil die mich hier angreifen werden. Ja, solange mich die Autogeschütze nicht unbedingt erwischen. Und zwar genau das Autogeschütze da oben. Okay, ich halte runter. Verdammt. Warten, warten. So, jetzt haben wir es fast. Na, fertig geladen. Schönen. So. Jetzt Vollgas auf die schweren Geschütze. Ich hoffe mal, davon will mich keiner treffen. Boah, was ein Sperrfeuer. Ich hoffe mal, wir treffen mich nicht allzu stark. Ja, verdammt. Ich muss hier... Okay, ich muss hier weg. Eindeutig. So, jetzt kann ich da wieder runterfliegen. Jetzt habe ich da gar nicht... Jetzt habe ich keinen einzigen davon getroffen. Glück gehabt. Schalten Sie den Mund aus. Noch eine. So, und jetzt... Ich muss hier wieder hoch. Ja, noch eine. Oh, schön. Ich bin Kriegsheld. Das ist ja mal klasse. Hat mich die Auszeichnung mal verdient hier. Nein, 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 nicht mehr. Verdammt. Ich muss hier weg wieder. Leben, Neuauflahmen und auch. Das gibt's ja nicht. Oh. Lag schon ein bisschen schräg in der Luft. Gut gemacht, Pilot. Für das nächste Ziel kehren Sie zum Hangar zurück. Sehr schön. Also das... Die Nummer fand ich jetzt mal gut. Habe ich ein paar schöne Sachen erwischt. Wer schießt denn da so extrem aufs Schiff? So, Jungs, den könnt ihr haben. So, für die Mission wechsle ich jetzt wieder einen Charakter. So, ich bin ja schon... Na, über eine Stunde bin ich jetzt schon dran. Ähm, ja, mal sehen. Ich denke mal, ich werde die Mission ja noch zu Ende machen und die andere einmal zumindest anfangen. Ähm... Aber... Zu viel sollte ich dann auch nicht aufnehmen, das gibt's. Ähm, ja. Ich würde ein bisschen viel Platz wegnehmen. So, jetzt haben wir den erwischt. Das sind nämlich immer ganz fiese Geschütze. Die machen eigentlich für mich den Flug hier dran immer ziemlich schwer. So, jetzt parken wir den hier. Jetzt sind wir noch 25. Jetzt muss ich wieder raus. Ist auch blöd gemacht hier mit dem... Aber gut, ist eben ein Bug. Also, Truppen, dringen Sie zu den kritischen Systemen vor und zerstören Sie die Treibstoffanlage und die Lebenserhaltung. Wo gehe ich dann zuerst rein? Ich gehe zuerst mal... Ah, jetzt sind wir 30 Leute. Okay. Sehr schön. Jetzt geht's erst mal nach... Im Vollsprint... Nach hier durch. Ich hoffe, da taucht ich noch eine auf. Da feuert doch einer. Feuert der auf mich? Der feuert auf mich. Okay. Okay, das waren schon meine vier Stück. Nein, ich muss laden. So, jetzt... Doch, ich hab noch eine. Ich hab mich schon gewundert. Okay, aber ein bisschen... Ach, schade, das ist schon weg. Ein bisschen brauche ich dafür noch. Okay. So, ab in den Schleichmodus. Okay. Jetzt noch zwei Stück würde ich tippen. Ist das Ding kaputt? Noch drei Stück. Einen hab ich noch. Soll ich mich hier verstecken? Okay, von den 30 haben wir jetzt noch 22. Das ist sehr gut. Wenn... Wenigstens ein paar hier rumhängen... Ähm... Ich kenn' ich grad damit zu, aber das sieht relativ gut aus. Ähm... Ja, das sieht gut aus. Und der ist weg. Komm, ich hab dir doch schon einen Kopfschiff verpackt. Wir laufen nicht. Oh, 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 oh. Ich hätt' nach Leben gucken sollen. Ach, verdammt! Mit drei Leuten mich abschießen, ist auch ein bisschen feiger, oder was weiß ich. Ähm... Ja, dann nehm' ich den kleinen Sprinter hier. Dann leg' ich doch gerade mal einen Sprint bis hier hin an. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, wollte ich doch gar nicht. Komm, komm, Rostab. So, jetzt sind wir nur noch 16. Das hat mich nämlich mit der kleinen Ausflug bisschen was an den Leuten gekostet. Nein, der ist kaputt Scheiße Jetzt habe ich ein Problem Jetzt habe ich ein richtiges Problem Okay, jetzt muss ich mir genau überlegen, wie ich das mache Nein Ich werde einfach reinrennen Mit dem anderen die Zeitbomben legen Also mit hier dem jetzt Und hoffen, dass ich schnell genug bin Und aber nicht unbedingt so schnell drauf gehe Wir haben nur noch neun Leute Ich hoffe mal die drei Zeitbomben reichen aus Oder ich muss noch den Lebensroboter reparieren Ja, ich muss noch die drei Zeitbomben reichen